Nachdenkseiten Die kritische Website Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ein Kommentar von Jens Berger Ihren politischen Aschermittwoch mussten die Grünen absagen. Protestierende Bauern hatten den Veranstaltungsort in Biberach mit Misthaufen blockiert und eine aggressive Stimmung verbreitet, so heißt es. Einen Tag später wurde Vizekanzler Habeck bei einem Bürgerdialog in Nürnberg ausgipfiffen und niedergeschrien. Auch hier waren wohl Bauern unter den Störern. Habeck zeigt sich nun schockiert. Das ist nicht gut, das ist keine gute Entwicklung, so der grünen Politiker. In den vergangenen Monaten sei etwas ins Rutschen geraten. Das ist wohl in der Tat so. Wundern muss sich die Regierung darüber aber nicht. Bürgerdialog. Was für ein schönes Wort. Beim Begriff Dialog schwingt schließlich immer mit, dass zwei Parteien auf Augenhöhe respektvoll ihre Argumente austauschen. Im Idealfall ist so ein Dialog sogar ergebnisoffen. Dabei kann bei der Kommunikation der Regierung freilich nicht die Rede sein. Man kungelt Entscheidungen, die für die Bürger gravierende Folgen haben, im Ampelkreis aus und setzt die Bürger dann vor vollendete Tatsachen. Sicher, auf Veranstaltungen wie der in Nürnberg hören sich die Regierenden dann auch schon mal mit gravitätischer Miene die Klagen der Regierten an. Folgen hat dies freilich nicht. Dass den Bürgern da irgendwann einmal der Kragen platzt, ist nur allzu verständlich. Sicher, auch das Abladen von Misstraufen und das Niederbrüllen eines Ministers gehört nicht unbedingt zu den gepflegten Umgangsformen des politischen Dialogs. Aber wie soll man sich als gemeiner Bürger sonst Aufmerksamkeit verschaffen? Wenn Robert Habeck nun erkennt, dass da etwas ins Rutschen geraten ist, so hat er natürlich recht. Nur, dass dieser Prozess nicht, wie Habeck es wahrnimmt, erst in den vergangenen Monaten stattfand. Die Entfremdung von Regierenden und Regierten findet schon länger statt. Neu ist jedoch, dass sie sich mehr und mehr auch auf die Straße verlagert und nicht nur im virtuellen Raum stattfindet, wo sie, Quod Erat Demonstrandum, von den Regierenden gar nicht wahrgenommen wurde. Das Rutschen kam freilich nicht aus heiterem Himmel und es zeugt schon von unglaublicher Ignoranz, nun urplötzlich davon überrascht zu sein. Auch diese Ignoranz hat System. Während Vizekanzler Habeck sich wegen der Kürzungen vom Volk auspfeifen lassen muss, fordert seine Kollegin Baerbock zeitgleich eine Erhöhung des ohnehin schon absurd erhöhten Militäretats und ruft dabei das Generationenprojekt der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion aus. Wem sie das Geld wegnehmen will, mit dem sie ihr Rüstungsgenerationenprojekt finanzieren will, sagt sie freilich nicht. Sonst gäbe es sicher noch mehr Pfiffe. Zitate Erhöhung des Wehretats. Baerbock verlangt Aufstockung des Bundeswehrsondervermögens. Mehrere Sicherheitsexperten sind dafür, der Verteidigungsminister ist dagegen. Nun hat Außenministerin Baerbock eine Erhöhung des Bundeswehretats gefordert. Und längerfristige Verpflichtungen. Und erneut, Zitat Habeck über Proteste. Das ist nicht gut, das ist keine gute Entwicklung. Bei einem Bürgerdialog empfangen Hunderte den Vizekanzler mit Hauabrufen und einem Pfeifkonzert. Robert Habeck zeigt sich betroffen über die immer aggressiveren Proteste. Es sei etwas ins Rutschen geraten. Zitat Ende Diese zwei Meldungen stehen auf der heutigen Startseite von spiegel.de untereinander. Dass es zwischen ihnen einen Zusammenhang gibt, verstehen sicher weder Habeck noch Baerbock noch die Verantwortlichen von spiegel.de. Dass es zurzeit immer noch nur Bauern sind, die ihrer Enttäuschung und Wut freien Lauf lassen und ihren Protest aus dem virtuellen Raum auf die Straße tragen, ist die eigentliche Überraschung. Die Regierung muss sich überhaupt nicht wundern, dass die Bereitschaft zu einem Dialog, der keiner ist, immer weiter sinkt und der Protest rauer wird. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.